Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hi Ben, hier ist Leon. Du, ich bin jetzt gerade noch in der Bibliothek. Ich muss noch für den Test morgen lernen. Aber ich hole dich um 18 Uhr ab, okay? Der Film beginnt um halb sieben. Ach so, ich habe heute Morgen Pablo vor dem Fitnessraum getroffen. Er kommt auch mit ins Kino. Bis später. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Ben, hier ist Leon. Du, ich bin jetzt gerade noch in der Bibliothek. Ich muss noch für den Test morgen lernen. Aber ich hole dich um 18 Uhr ab, okay? Der Film beginnt um halb sieben. Ach so, ich habe heute Morgen Pablo vor dem Fitnessraum getroffen. Er kommt auch mit ins Kino. Bis später. Bis später. Da, und so. Schwin, Dürfen. Vielen Dank.